okay ich hol mir kurz die Pumpgun hey wir sind noch in der Hobby, chill kurz oh yeah jetzt hab ich noch 12.000, könnte ich mir eigentlich die Brandgranate kaufen, aber das lohnt sich glaub nicht kaufen! ha ha ha! nice okay, das schneide ich rein Hä? Okay, herzlich willkommen zurück hier bei einem weiteren Road to Commander Und wie ihr seht hab ich mir für mein, also mit meinem Geld hier ein bisschen Ihr seht ja schon der Typ, der immer die ganzen Typen da killt, das bin natürlich ich Ja da da, 3-0 ey Respekt Ich hab auch gar keinen Bock hier irgendwelche Sharp-Tags aufzunehmen Oha, mit niedriger Gesundheit durch eine Feuergranate hab ich den trotzdem noch weggeholt Das ist natürlich Overskill Und ich hab mir auch ein bisschen was gekauft, ein Airstrike und ein Perk dass ich mit dem Airstrike auch nochmal ein Aufklärungsflugzeug bekomme Moderner Aufklärer Ein moderner nicht Ich glaub bloß der 20 Sekunden Okay Wir sind mal wieder in einer Lobby zusammen also in einem Team besser gesagt weil das der Slim wollte weil er beim letzten Mal gegen mich abgekackt ist Ja, war es schon ein bisschen peinlich weil es mich aufnehmen Ja Ja, das wär mir auch peinlich Ey, Mann, geh mal aus dem Weg Hinter uns, ne? Nee, erst hinter uns Du loop Den töt' ich Ja, man sieht schon, Robert geht ab mit der neuen Waffe Jo, mit der neuen Waffe wird meine KD auch, glaub ich, ein bisschen steigen als Ohne Hier loopt einer richtig mit seinem Ding rum Okay Jetzt kenn ich ihn mal kurz Nee, 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 das wird nicht gemacht Taktisches Warten Hm Hast du eigentlich Deutschland gegen USA gefuckt Fußball? Gegen USA, nee Aber irgendwie soll da doch ein cooles Eigentor gewesen sein hab ich gehört Naja, cool Geschmackssache Also, peinlich Oh fuck, da ist ja alles voller denen Du musst ein Kehl nach dem anderen Junge 19 Oh, der kämmt sich da hinten hin, der VIP Was ein Lutscher Naja, solange er nichts tötet Ja, mich hat er getötet Ach, Mann, ey Scheiße Wann habt ihr eigentlich Ferien? Wir hatten jetzt, bis die letzten zwei Wochen Ich rede von Sommerferien Sommerferien, ähm, wann ist denn das? Ende Juli Das frag ich dich her Oh, sind wir Alter, ich treff gar nichts Oh fuck Weißt du, was ich jetzt mache? Hier, ich Snackmetzel Das Noobgewehr Die Pumpgun Ich weiß nicht, wie sie in dem Spiel hier heißt Crumblo Shit Jo Wenn ich nur das benutze, sterbe ich eben als mich selber dran Jo Dann lässt sich das besser Hallo, Robert Hä? Achso Hä? Was willst du hier? Ich wusste gar nicht Wusste gar nicht, was du von mir wolltest, weil ich grad nicht aufgepasst hab, sondern auf meinen Computer geguckt hab Mhm Uh ja Was mich mal interessieren würde Mhm Guckst du K11 oder niedrig im Kunt oder sowas? Ne, ich geh gar nicht, ich kam noch Fernsehen Gar nicht? So gut wie gar nicht, nur in den Ferien manchmal Hehehe Okay Wieso, oder? Ne, keine Ahnung, hat mich mal interessiert, ob man hier noch irgendwie so K11 und sowas guckt So unter den jungen Leuten Ja Na ja, als Kind, also ich muss ja sagen, das ist schon ein bisschen peinlich, aber ich find das irgendwie geil es ist wie es kommt auch immer unter der Woche und da schaue ich so bis so nicht so ich sehe lieber noch ein paar Pornos ab, so ein Rest Pornos? Was anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet ach meine Güte Boah, das ist ein Sniper Spot Fuck, jetzt haben die einen Bomber Ich habe dir gerade den Arsch gerettet, ne? Ich sterbe jetzt sowieso im Bomber Naja, wer sich Päckchen kauft, ja Das ist ein Niveau, auf ganz höchstem Niveau, ja Ja, super Fetter Freestyle hier, ey Ich spitte Ja, oha, das erste Wort, was auch wirklich, hast du ja richtig Ahnung Ja, ohja, schön Rap Analyse Was? Hast du irgendwie Rap? Ja, also hauptsächlich so die Battles, also VBT und JBB Ja Oh, der Quer hat keine Chance gegen mich gehabt mit seiner Rampage Ohja Oder wie die auch hier immer heißt, ich hab keine Ahnung Die sind halt echt mies, sie töten mich dann immer, wenn ich sie schon getötet hab Joop Der VIP ist död Wow Oh, ich bin VIP und keiner tötet mich Wo sind die alles? Da kommen Gegner, da kommen Ich rush mal hier vor Stoss Aber hier ist keiner Naja Zieht nicht sonst Ah, hier kommt's, kommen sie Oh, drei Leute, oder vier Oh, geil, ist vorbei Ich hab irgendeinen Titel freigeschalten gerade irgendwie Titel Ja, irgendwie so, ja, machen sie bla 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 kill Keine Ahnung Ja, 20 zu 6 Läuft Jetzt bin ich das Schlechte plötzlich, ja, 10 zu 5 Ja, ne, du hast ja noch immer die Anfangswaffe, die ist ja auch scheiße Ja, ich spar jetzt mal auf Ufia Spar doch lieber gleich auf Compact oder so Ja, Compact als so Können wir auch gleich Sharptech holen, Compact ist die höchste Waffe Wie teuer sind denn die? Compact glaub 92.000 Sharptech? Irgendwas mit 80 Und Ufia auf 35 Wie fass du das? Ich kann ja auch nur deine Schrottfinde holen, aber Ja, das wär ja zu langweilig So ein Noob bin ich jetzt auch nicht Ja, gegnern da jetzt zeig ich dir, wer der Noob ist ein Das ist das Gegner-Team Das ist immer so, Mann Immer wenn wir gegeneinander spielen, kommen wir nie ins gleiche Team Und wenn wir mal zusammenspielen, dann kommen wir ins Gegner-Team beim nächsten Spiel Achso, äh, ich hab grad verstanden Immer wenn wir miteinander spielen, kommen wir ins Gegner-Team, ey, jupp Ne, so meine ich das ja nicht Oh, ich kann mich grad irgendwie nicht bewegen Oh Wir wollten uns hier abcampen Oh, fuck Scheiße Das hab ich, da hab ich grad Scheiße gebaut Ah, erzähl mal ein Schmank aus deinem Leben, was war heute so los? Ein Schmankerl aus meinem Leben, was war... Ähm... Ja, mal überlegen, was war'n so ganz tolles Was uns heute alle zum Lachen bringen wird Keine Ahnung Drei Stunden sind ausgefahren Ja, das ist doch mal schön Mhm Und bei dir Ich bin tot Also Also Äh Also jetzt nicht eilen, ich lass' dir nicht spielen Ne, ich lebe ihn noch Ja Boah Ich hab' schon Angst gehabt Ja Na Ich bin trotzdem, obwohl ich so schlecht bin Ja, weil ich so schlecht bin Achso Danke Das hat jetzt irgendwie grad nicht gepasst Egal, äh Ja, also Wir hatten halt verkürzten Unterricht Das ist scheiße Jo Ist das eigentlich nie Mittagsschule? Fuck Doch, ich hab' immer Mittagsschule Ich hab' immer bis Von um acht eben Bis So um Drei Zwei Von um acht aufstehen Ja Wie reicht das noch? Ja Ich muss um kurz vor sechs aufstehen Naja, ich Ich wohne Fußweg sieben Minuten von meiner Schule weg Busweg dreiviertel Stunde Ja, du wohnst ja auch irgendwo auf dem Land oder so, oder? Oh ja Mittendrin statt nur dabei Ja, ist ja kein Wunder, ey Ja, ist ja kein Wunder, ey Ihr habt doch Busse, die nur alle zwei Stunden fahren, Mann Alter, was ist von Stress ab, bis man unsere Buslinie wieder richtig über meinen Ort fuhr Oh Oh scheiße Da will halt echt niemand hin Ja, bei meiner Omas ist das auch so, da fährt nur der Bus irgendwie einmal am Tag, weiß ich Wo seid denn ihr alle am Spawn, weil? Ja Ich kann mich bei uns am Spawnen, wir sind voll verteilt Oh shit Mann ey, das ist aber auch Oh scheiße hier Du bist negativ Oh ho 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 Wortwitz Hä Ne Das war kein Wortwitz Stimmt Aber ich hab einen Was ist ein Neger, der in ne Grube fällt? Keine Ahnung NEGATIV Ich dachte, das sag ich jetzt mal nicht Das kennst du ja, das wär zu einfach, aber Ja, deswegen Ich dachte, deswegen hab ich mich auch gewundert, wieso du nichts gesagt hast Ja, also Negerwitz sind ja echt zu Niveau los, also Du sagst lieber farbiger oder sogar Hochpigmentierter Ja, noch besser ein Ein Evolutions Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Okay, also niemand darf sich beleidigen Oh shit Evolutions Oh shit Oh shit What the fuck geht bei dir? Okay, ich piepste das aus bestimmt Nein, lass das Oh man Das kann man doch nicht rauspüpsen, ey Das ist ein Legic Moment Legic Moment Legic Moment Ich weiß nicht, ob ich den geilen Moment auch noch hinbekomme, wo du dir die Waffe kaufst Hä? Da wurde gestern die Waffe gekauft, dass du voll rumgestrichen hast Hä? Was hab ich gemacht? Weiß nicht Ich muss mal angucken, ob ich's noch Das war nicht gestern, oder? Das war heute Nein, wir haben doch gestern versucht Und dann legst du einfach auf Ja, mein Papa ist gekommen Einfach so? Ja, dafür konnte ich nichts Ich hab gerade Irgendwie laut Ja, das war peinlich Ich wollte nicht, dass wir das von meinem Papa Da ist machen